Komm, mach noch mal. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da und wenn ihr uns weiter um folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwaben Checker. Ciao.